ja sie haben genau richtig eingeschaltet bei uns dreht es sich jetzt hier rund um notebooks und ja man kann es tatsächlich hp special nennen weil wir haben hier hp produkte und das sind richtig richtig gute laptops ich weiß wovon ich rede ich habe hier auch eine auf der arbeit und bin super zufrieden und wir wollen ihnen die gerne auch zeigen ja und es ist einfach clever bei uns mal zuzuschauen weil wir arbeiten nicht mit nagelneuen geräten sondern mit geprüften leasing rückläufern das heißt für mich immer leasing rückläufer kaufen ist cleveres kaufen nicht auch monika arbeitet damit ich arbeite hier mit geprüften leasing rückläufern und habe auch zu hause ein und diana genauso jetzt müssen wir das ganz ganz kurz erklären für alle die zum ersten mal zuschauen ein geprüfter leasing rückläufer ist ein gerät welches von einer firma schon mal geliest wurde und dort schon gezeigt hat dass es hervorragend funktioniert nach der leasingzeit meist zwei jahre geht ein solches gerät zu einem unserer partner nämlich einem der größten europäischen refurbischer und wird dort auf herz und nieren überprüft mit vielen vielen prüfschritten technisch als auch optisch geht hier der prüfer vor und wenn alles in ordnung ist dann kommen die geräte für uns mit 1a bewertung nur in frage der vorteil für sie ganz ganz klar sie sparen unglaublich viel geld die handhabung ist wie bei einem neuen gerät neues betriebssystem 24 monate gewährleistung antiviren software aber eben hier sparen wir ganz ganz viel beginnen tun wir hier mit einem hp elite book 14 zoll groß sehr sehr hoch auflösen und 14 zoll bevorzugen viele weil es groß genug ist um alles deutlich zu sehen aber kompakt genug um diesen rechner auch mal mit in die schule oder ins bin die uni oder zur arbeit mitzunehmen jetzt frage ich bei dir wie groß ist dein laptop weißt du das ist der 14 oder 15 soll ne der ist 14 soll damit ich ihn auch immer gut in der tasche transportieren kann zur arbeit zur schule damals auch noch da war da war das ganz wichtig dass man laptop hatte ja auf jeden fall und es ist moderne technik das müssen wir jetzt noch mal sagen und zwar auch zukunftsorientiert und ich weiß jetzt bei jeden familie bei vielen familien es ist auch bei mir so jetzt kommen die kleinen nach den schulferien in die weiterführenden schulen ja in bayern baden württemberg fangen wieder die schulferien oder enden die schulferien erst ende september aber jede woche kommt jetzt ein zwei bundesländer wieder in schulbetrieb und wenn sie jetzt zu diesen familien gehören wo sie sagen mensch mein kind vielleicht auch mein enkel bräuchte jetzt mal einen neuen rechner dann können sie jetzt natürlich gleich in elektronik fachhandel dann würden sie für dieses gerät 1200 euro bezahlen 1200 euro ist hier die unverbindliche preisempfehlung und jetzt schau mal monika auf unseren tv sonderpreisen jetzt wissen sie zu hause wahrscheinlich auch warum ich immer sage leasing rückläufer kaufen ist cleveres kaufen ja das ist sehr sehr clever jetzt hier zuzugreifen bei unserem tv sonderpreis der liegt hier nämlich bei 349 euro 99 und das ist ein super preis hier für unseren hp laptop ich bin richtig begeistert auch vom design her super schick und denken sie an ihre enkel an ihre kinder vielleicht aber auch an sich selber weil vielleicht ist ihr laptop schon ein bisschen langsamer geworden und die seiten öffnen sich so langsam da ist es ja dann auch mal an der zeit den einfach zu ersetzen ja bitte ich auch mal diana weil wir machen das eigentlich regelmäßig also ich habe es ja auch schon gemacht aber diana schau dir mal von vorne von hinten von links von rechts von oben von unten an ob du optisch von dem neu gerät unterscheiden könntest ich behaupte nein ja also wirklich optisch so gut wie nicht zu unterscheiden technisch ebenfalls nicht denn wir sprechen hier von modernster prozessoren technik also 5 prozessoren wir haben einen arbeitsspeicher der weit über die norm geht mit 8 gigabyte und wir haben eine moderne und rasantschnelle ssd festplatte er ist schlank und vor allem und da sehen wir jetzt das logo unten klein auf der rückseite ist es riesengroß wir haben ein marken gerät und das halte ich gerade bei computern für sehr sehr wichtig natürlich gibt es auch discounter artikel aber wissen sie was sie da kaufen oftmals plastikgehäuse und wenn man pech hat und das das wären dann nicht der erste das passiert sobald die garantie zeit abgelaufen ist dann macht er eben ein bisschen schlapp hier haben wir einen hochleistungsrechner hewlett packard seit vielen jahrzehnten ein name in der computerbranche warum ganz einfach weil sie für wirklich beste qualität und für langlebigkeit stehen wenn sie sagen dieser dieses elite book mit 14 soll ist genau das richtige für sie dann greifen sie bitte zu jetzt kommen wir nämlich zum einzigen haken an der sache und wenn sie wir bekommen die immer nur in begrenzter stückzahl ja und wenn die weg sind sind sie weg wir können geprüfte diesen rückläufer dementsprechend nicht sagen kommt gibt mir noch mal 500 oder gibt mir noch mal 1000 nein die die wir haben die stehen zur verfügung und die ersten werden hier die profitanten sein also sie können dabei sein für sich selber für die kinder für die enkel und ich habe das vorhin ausgeführt meine enkelin kommt jetzt nach den schulferien sie wohnt in baden württemberg also das ist dann mitte september in die weiterführende schule und das da wird es mal richtig teuer für familie ja weil also bei uns ist es so sie muss jetzt mit dem bus zur schule fahren das heißt sie bekommt ihr erstes smartphone das hat sie schon und der erste laptop der selber für sie zur verfügung steht der muss auch her ganz ganz klar weil heutzutage kommst du auch nicht mehr durch die schule ohne diese technik und das ist ein hp also technik die begeistert ja und das jetzt zu unserem sagenhaften tv sonderpreis 349 euro 99 bedeutet also auch kommt versandkosten frei zu ihnen und ist ablager lieferbar bis vor die haustür wird es geliefert und sie müssen nirgendwo hingehen und sich irgendwie um die letzten laptops streiten nein hier haben sie es einfach ganz bequem und das auch noch wie gesagt zu dem tv sonderpreis und ich sage ihnen gerne einmal die bestellnummer das ist die rf 15 35 und die 569 hier für unsere schönen laptop also er gefällt mir richtig gut ja und wir sehen auch wie hoch auf lösen das display ist also hier hd full hd auflösung und brillante farben so macht auch mal wenn man zwischendrin mal pause macht zwischen lernen macht auch natürlich hier dass das filme schauen oder kleine klipzahlen spaß hier sehen wir noch mal alle technischen daten den 5 prozessoren natürlich windows 10 als nagelneues betriebssystem für sie aufgespielt antiviren software und 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 das alles zu diesem fantastischen preis ich möchte noch mal an die unverbindliche preisempfehlung von hp erinnern 1200 euro ja und hier 349 euro 99 also besser geht es gar nicht und wir haben jetzt auch noch eine praktische neuheit hier eine umhängetasche für den laptop ist natürlich auch super sicher dann der laptop ist geschützt und den auf jeden fall gleich mit bestellen genau er hat viele zusatztaschen oder diese tasche umhängetasche schultertasche wie man es machen möchte nun gerade wenn so ein laptop viel mitgenommen wird sollte er adäquat geschützt werden wir sehen das ist eine markentasche von hammer und ich glaube den namen hat schon jeder gehört und eben prädestiniert für 14 zoll geräte wenn sie einen größeren laptop haben wir haben nachher noch eine größere tasche da sehen wir auch den schultergurt da sehen wir die zusatztaschen das ganze ist gepolstert und passt eben für geräte bis 36 zentimeter also sprich 14 zoll geräte und 14 euro 24 für auch hier ein markenprodukt welches muss ich jetzt noch mal betonen natürlich nagelneu ist das hat noch nie jemand vor ihnen benutzt also das ist kein geprüfter leasing rückläufer das kommt fabrik neu original verpackt zu ihnen und das würde ich einfach dazu bestellen sie dürfen es natürlich auch einzeln bestellen wenn sie schon laptop haben und sagt oh ich habe den so viel dabei oder der geht in zukunft auch in die uni oder in die schule mit dann macht so eine schutztasche wirklich viel viel sinn auf jeden fall einfach geschützt ist dann hier ihr schöner laptop vor wasser vielleicht auch einfach vor der hitze im sommer jetzt und generell auch falls es mal runter fällt ist es hier auch noch schön geschützt und dass sie für 14 euro und 24 cent auf jeden fall dazu bestellen dann haben sie auch immer das ladekabel griff bereit oder die kopfhörer vielleicht auch mal notizblock noch mit rein legen das mache ich auch immer richtig gern bei meiner umhängetasche für den laptop also auf jeden fall super clever und die bestellen sie mit der zx 40 97 und der 569 ja also schützen sie ihren laptop ich glaube was ärgerlich wäre egal wie günstig der laptop ist wenn er mal runter fällt kaputt ist oder wenn er mal irgendwo dagegen stößt und wir wissen alle schüler sind nicht immer ganz so sanft mit ihren sachen aber jetzt haben wir einen weiteren hp hier ein pro book und jetzt sehen sie vielleicht schon von der bildschirm diagonal wir werden etwas größer 15,6 zoll heißt das und das ist also in der diagonale knapp 40 cm also wer sagt ich will größeren bildschirm ist hier genau richtig ebenfalls unser pro book als geprüfter leasing rückläufer und auch hier möchte ich einfach mal erwähnen was die unverbindliche preis empfehlung ist von hp 1300 euro und das auch zu recht das ist so ein rechner wert wenn sie 1300 euro übrig haben dann gehen sie jetzt einfach in fachhandel und hoffen dass einer lieferbar ist weil das ist die nächste situation sie kennen alle die lieferketten problematik oftmals chips die autohersteller haben da riesen probleme aber auch computer hersteller im moment kommt eben ganz ganz wenig nach man muss da viel glück haben und sie kennen auch das gesetz angebot und nachfrage das heißt auch hier werden in der nächsten zeit allerhöchst wahrscheinlich die preise noch teurer werden bei uns werden sie nicht teurer nein ganz im gegenteil sie sparen wieder richtig viel geld weil sie eben clever sind von einem geprüften leasing rückläufer kaufen und jana auch dieses gerät hast du da jetzt übrigens irgendwas gefunden optisch das ist für mich einfach super dann machen wir jetzt selber aber die sieht sehr schwer aus ich möchte das ist auch sehr und da sehen wir jetzt auch mal den direkten vergleich 14 zoll zu 15,6 soll aber schau ihn auch mal rund um an und sie schauen mit dann sehen sie natürlich auch wie toll der aussieht er ist für mich von einem neuen gerät nicht zu unterscheiden und er ist auch in der handhabung wie ein neugerät noch mal 24 monate gewährleistung antiviren software frisch frisches betriebssystem und jetzt haben wir hier natürlich auch leistungsdaten die beeindrucken den intelligenten i5 prozessor wir haben auch hier acht gigabyte arbeitsspeicher und eine ssd festplatte das heißt das ist eine festplatte ohne bewegliche teile die wesentlich schneller arbeitet um das viele kennen das gar nicht also von der hdd von der herkömmlichen da sehen wir noch mal die technischen daten übrigens den i5 prozessor der sechsten generation ist auch nicht ganz unwichtig das zu wissen aber viele kennen noch hdd festplatten also herkömmliche die ja auch eine große speicherkapazität haben aber wenn man da zum beispiel den rechner hoch fährt muss man so drei vier fünf minuten warten bis er endlich zur verfügung steht bei ssd festplatten geht das in sekundenschnelle da um die 20 sekunden nenne ich jetzt mal als hausnummer also man braucht ja nicht mehr sagen ich wollte noch was machen das rentiert sich nicht mehr den rechner noch mal hochzufahren 20 sekunden wartezeit kann man das machen und diese geschwindigkeit durch diese ssd festplatten setzt sich durch alle anwendungen durch auch hier sehen wir natürlich diese hoch auflösende diesen hoch auflösenden bildschirm auch hier natürlich eine bluetooth fähigkeit übrigens beim ersten genauso also alles was ich mir von einem modernen rechner wünsche aber jetzt zum bruchteil des original preises und noch mal die unverbindliche preisempfehlung 1300 euro ja und unser tv sonderpreis für sie liegt bei 429 euro 99 bedeutet also auch der laptop kommt wieder versandkosten frei zu ihnen und ist ablager lieferbar das ist ein großes thema und wir haben ihn wie gesagt für sie hier noch vorrätig sie müssen aber schnell sein da die nachfrage natürlich extrem groß ist gerade zu dem preis das versteht man ja aber ich finde auch hier richtig schön und auch mit dem schönen hp logo auf der rückseite ist ein richtiger hingucker glauben sie mir am besten wie gesagt jetzt zum hörer greifen mit der er 15 47 unter 569 kann das hier schon bald ihrer sein ja das gibt noch ein grund warum diese rechner so gut sind das sind für die industrie gefertigte rechner also nicht für den handels für den haushalts bedarf sondern wirklich für industrie dementsprechend sind die noch besser verarbeitet und noch langlebiger also ich bin mir ganz ganz sicher sie werden viel viel freude haben und vor allem tut es nicht so weh wenn man eben mal über 1000 euro hinlegen muss wenn er zu ihnen kommt schauen sie ihn an sie werden ihn von auch sie werden in von einem neugerät so gut wie nicht unterscheiden können technisch ist alles gleich windows 10 ist ganz neu installiert das heißt auch da wir finde ich richtig toll bei windows 10 dass man keine fremde hilfe also ich weiß noch früher als ich mal xp das ist schon eine weile her aber dass man installieren wollte da habe ich einen informatiker gebraucht man konnte das nicht selbst einrichten heutzutage ist das so einfach man wird klasse durchs menü auch bei der ersten nutzung geführt um alles individuell auf sich einzustellen und das macht man ein einziges mal und dann steht der rechner zur verfügung also hier ein hochleistungsrechner von hp ein pro book mit moderner technik 5 prozessor 8 gigabyte arbeitsspeicher wirklich schnelle ssd festplatte mit 256 gigabyte und das zum unglaublich günstigen tv sonderpreis übrigens dieser preis gilt wie genau mal exklusiv für sie als perl tv zuschau ja denken sie an ihre familie denken sie an ihre enkelkinder und vielleicht braucht er mal der ein oder andere einen neuen laptop und wie gesagt hier unsere geprüften rückläufer die sind hier echt der wahnsinn man sieht es gar nicht sie sehen super schick aus und wie gesagt sie haben hier exklusiv unseren tv sonderpreis also am besten jetzt zum hörer greifen und wir schauen auch einmal ganz kurz zu pöll.de und dort sind wir wir sind wir sehen wir sind bei 480 euro also auch hier sparen sie wieder weil sie gerade pöll tv schauen 429 euro 99 hier unser tv sonderpreis für sie ja also zwei hp's hatten wir schon ein wunderbares jetzt ein pro book aber jetzt kommen wir für mich zur creme de la creme wer einen rechner sucht der eigentlich nicht mehr zu toppen ist der wird jetzt fündig hier steht er nicht wer den gleich auch holen es ist das setbook aber ich möchte ihn ganz kurz zur geschichte des setbooks von hp was erzählen es gab vor jahren mal die aufgabe an ingenieure an entwickler an designer macht mir doch mal ein laptop der die leistungsdaten eines desktop rechners hat also das was man normal auf dem schreibtisch hat diesen großen kasten und am schreibtisch und daraufhin entstanden workstations die kennt man auch von hp das sind wirklich spitzen geräte so jetzt war aber der zweite schritt ist macht mir aus diesem aus dieser workstation die auch ein bisschen mächtige laptops macht ihr mir noch ein ultra book also so dünn als möglich und so entstanden setbooks jetzt haben wir hier also rechner die eigentlich hauch dünn sind für die technik die drin ist und die aber wie ein desktop rechner sind und da ist so einer und da möchte ich auch gleich über den preis sprechen nämlich über die unverbindliche preis empfehlung die liegt hier bei 3800 euro warum weil wir hier auf kleinstem raum größte technik haben und wenn ich jetzt sage 3800 euro bitte keine schnappatmung bekommt sie bekommen natürlich wieder den tv sonderpreis als geprüften leasing rückläufer und auch die anna ich darf dir die auch mal geben damit du merkst das ist jetzt kein panzer sondern auch dieses hochleistungsgerät kann man jederzeit mitnehmen ja da ist es so und jetzt sprechen wir mal über leistungs daten ja normalerweise liegen so die rechner eigentlich die mal daumen ungefähr auf dem gleichen niveau das hier ist eine andere liga das ist eine liga für sich das setbook wir haben hier einen xeon e3 prozessor ein vierkern prozessor der industrie normen erfüllt wir haben hier 32 gigabyte sogar auf 64 gigabyte erweiterbaren arbeitsspeicher das ist der absolute wahnsinn ja egal was für anwendungen macht man wird hier fertig 512 gigabyte ssd festplatte sind ebenfalls beinhaltet also sie sehen schon allein die grunddaten sind herausragend beim arbeitsspeicher sei noch zu erwähnen ddr4 so und jetzt kommen wir zu den zusatzpunkten da sehen was die grafikkarte eine nvidia quadro mit vier gigabyte extra arbeitsspeicher für ganz einfach für tolle grafische anwendungen und wenn wir mal oben links in die ecke schauen das immer noch ein kleines geheimnis so ein kleiner schriftzug ganz unscheinbar bang und olofsen bang und olofsen für mich einer der weltweit führenden lautsprecher hersteller hier sind lautsprecher eines des weltmarktführers mit eingebaut in kooperation mit hp ich glaube diese vielen kleinigkeiten die ich jetzt genannt habe webcam natürlich hoch auflösen bluetooth fähigkeit das ist ja das selbstverständlich das erklärt jetzt die unverbindliche preisempfehlung von 3800 euro und jetzt schau mal auf unseren tv sonderpreis ja unser tv sonderpreis liegt hier bei 849 euro 99 davon profitieren sie jetzt wenn sie gerne zum hörer greifen und den bestellen weil er ist wahnsinnig schön und hier mit bang und olofsen also da machen sie auf jeden fall nichts falsch und er kommt sogar versand kostenfrei auch zu ihnen und ich den wie gesagt vom design her richtig gut und vielleicht brauchen sie einen neuen laptop vielleicht auch ihre enkelkinder und hiermit haben sie dann auf jeden fall alles zusammen ich finde den spitzen klasse ja und werde wert drauf legt wirklich die beste technik einnahmen zu haben also große festplatte riesengroße arbeitsspeicher eine schöne grafikkarte für die übrigens viele wenn es man extern nachkauft auch noch ein paar hundert euro ausgeben die ist das ist alles da beinhaltet es ist ein wunderschöner rechner es ist ein hp es ist hier die dritte generation des setbooks ebenfalls mit den 15,6 soll also fast 40 cm aber ganz wichtig noch mal der xeon e 34 kernprozessor das ist ein industrierechner ein industrieprozessor der eigentlich in handelsüblichen haushaltsgeräten gar nicht verbaut ist sie bekommen den und wer jetzt sagt das beste ist gerade gut genug für mich der wird sich jetzt diesen rechner bestellen weil cleverer kannst du nicht sein ja natürlich kann man jetzt wieder ins geschäft gehen 3 bis 4000 also 3800 euro ist hier die unverbindliche preisempfehlung 3000 bis 4000 euro ausgeben und sagen jawohl ich habe ein 3000 4000 euro rechner man kann aber auch clever sein und jetzt einfach diesen geprüften leasing rückläufer kaufen und dann hat man auch einen 3 bis 4000 euro euro rechner aber jetzt für 849 euro seien sie clever natürlich jetzt haben wir vorhin kinder angesprochen und schüler und wenn es der ein oder andere opa oder papa oder mama oder oma zuschaut und sagt wer der richtige für mich dann geben sie doch einfach ihren laptop weiter an die kinder an die schüler sind ja froh wenn sie am anfang an haben und den benutzen sie und diese geschwindigkeit diese auflösung ja und die möglichkeiten da kann man wirklich sagen da ist man auf viele jahre also zukunftsorientiert ausgestattet also hiermit kommt man so schnell nicht an seine grenzen gerade auch was den arbeitsspeicher und auch die grafikkarte hier anbelangt und ich muss sagen ich bin fan der setbox ja auf jeden fall alles in einem hier ein richtig schöner laptop und das jetzt unserem tv sonderpreis von 849 euro 99 und auch hier schauen wir mal ganz kurz zu pöll.de und dort sind wir bei knapp 900 euro also auch hier sparen sie wieder exklusiv weil sie gerade pöll tv schauen nutzen sie diese gelegenheit und bestellen ihn mit der r er 15 41 und der 569 unseren schönen hp z book 15 g 3 also ich bin richtig begeistert ja das muss man auch sein auch wenn man den rechner zum ersten mal anders sagt man diese geschwindigkeit diese brillanz da bleiben einfach keine wünsche offen ich sag gern könnte ich kann es ja nicht aber könnte ich mir einen rechner so mit wunsch optionen zusammenstellen so wäre er zusammengestellt so jetzt hat man vorhin eine schutztasche für 14 zoll geräte jetzt haben wir natürlich auch noch eine für die letzten beiden fürs probock und für setbook das sind 15,6 zoll geräte da brauchen wir ein etwas größere laptop tasche auch hier ein marken eine marken tasche von hammer wir sind das da oben auch an dem logo dem kleinen haar und hier haben wir auch noch was besonderes metall umrandet das heißt in der tasche drin ist ein schutzgitter im prinzip außenrum unsichtbar und spürbar was aber noch mehr schutz gibt zusatztaschen auch noch vorne für utensilien für die maus für unterlagen für schulsachen und auch innen sehr gut gepolstert mit zusatztaschen und noch mal es ist ein markenprodukt ob über um über die schulter zu hängen oder am tragegurt einfach so zu halten das ist ihre sache aber so ist ihr neuer laptop eben bestens geschützt wobei das natürlich auch für ihren alten laptop gilt ganz wichtig also sie müssen jetzt bei uns keinen laptop bestellt haben um die tasche dazu zu bestellen die dürfen sie auch für ihren schon vorhandenen laptop hier bestellen und noch mal es ist eine markentasche von hammer ja und der tv sonderpreis hier für unsere schöne tasche liegt bei 18 euro und 99 cent also auf jeden fall bestellen weil das lohnt sich und dann haben sie ihren laptop geschützt und brauchen sich keine sorgen mehr machen und ganz praktisch einfach zum umhängen zum beispiel auch und sie bestellen hier unsere schöne umhänge tasche mit der zx 40 96 unter 569 und das jetzt unserem super tv sonderpreis also ich für die richtig schön und elegant ja auf jeden fall bestellen machen sie es dann ist ihr laptop auch geschützt auch wenn sie jetzt so viel geld gespart haben bei unseren geprüften leasing rückläufern trotzdem müssen die ja nicht kaputt gehen durch einen sturz oder wenn wir die kinder mal ein bisschen unsanft sind also macht so eine tasche viel viel sinn jetzt haben wir noch etwas was wirklich bei jedem laptop heutzutage sinn macht weil laptops haben eigentlich eins gemeinsam immer zu wenig usb steckplätze darüber werden sie sich auch schon aufgeregt haben und oftmals die fragen falschen kartenlesegeräte fangen wir mal an mit usb steckplätzen dieses dieser multi card reader hat ein dreifach usb hub das heißt da schließen sie jetzt an ihren rechner an und jetzt haben sie praktisch zwei mehr aus 1 macht 3 aber das ist nur so eine kleine nebenoption wichtiger sind die anderen seiten jetzt habe ich kartenlesegeräte eingestellt wenn ein laptop der mir bekannt ist ein kartenlesegerät hat dann ist das oftmals ein sd kartenlesegerät jetzt braucht man für viele geräte eine micro sd karte und die bekommt man auch immer mit adapter aber ich habe schon so oft erlebt dass der adapter nicht mehr gefunden wird jetzt stehst du da mit der micro sd karte die können wir hier auslesen ja also braucht kein adapter mehr natürlich auch sd karten und auch sim karten das kann auch mal ganz interessant sein sim karten zum übertragen auszulesen also sie sehen auch hier sehr sehr umfangreich und das hier finde ich noch mal besser hier sehen wir so einen kleinen schlitz und da kannst du sogenannte chip karten auslesen das kann ihre gesundheitskarte sein das kann auch mal die eintragungen auf ihrer ec karte sein auch das geht also alles mit diesem kleinen micro chip kann man hier rüber auslesen ist vielleicht auch mal ganz interessant anzuschauen hier sehen wir noch mal die ganz normale sd karte die man auslesen können wir sehen den usb hat unter dem sd karten slot aber dann micro sd karten slot und darunter einen sim slot also sie sehen das ist ganz ganz einfach hier sehen wir die chip karte und da haben wir jetzt eine gesundheitskarte übrigens keine angst da sind keine keine geheimdaten drauf aber ich finde es mal ganz interessant bei der ec karte übrigens habe ich so sehe ich sogar ich weiß nicht ob das jeder kann aber bei mir habe ich gesehen wann ich mein konto eröffnet habe selbst das ist dort hinterlegt zeit und so weiter also ich finde das hier wirklich sehr sehr hilfreich schon allein durch den usb habe und ich glaube auch die kartenlesegeräte werden sie früher oder später mal gebrauchen und deshalb sage ich einfach mal mit bestellen oder auch alleine bestellen wenn sie sich immer ärgern auch micro sd karte passt nicht in meinen laptop oder ich habe zu wenig usb steckplätze das ist die lösung und sie haben dann noch viele viele zusatzoptionen ja und das ganze hier für 27 euro und 54 cent auf jeden fall bestellen damit machen sie nämlich nichts mehr falsch und das ist super praktisch mit den ganzen verschiedenen steckplätzen und sie bestellen unseren multi card und sim reader mit der px 12 89 und der 569 und das hier ist auf jeden fall super clever das ist richtig clever kann natürlich an jedem handelsüblichen laptop genutzt werden so jetzt haben wir eine halbe stunde hp spezialen die nachfrage nach unseren hp ist schon wieder riesengroß sie denken bitte immer dran es sind geprüfte leasing rückläufer wir haben die nur in bestimmter stückzahl für alle die später eingeschaltet haben machen wir noch mal eine kleine zusammenfassung begonnen haben wir mit diesem mit diesem elite book der extra klasse 14 zoll die bildschirmdiagonale beziehungsweise bildschirmgröße hochauflösend moderne technik mit dem i5 prozessor natürlich acht gigabyte arbeitsspeicher rasant schnelle ssd festplatte und natürlich hier auch eine webcam drin das wird ja auch immer wichtiger bluetooth fähigkeit und 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 das alles weit unter der unverbindlichen preise empfehlung mit knapp 1200 euro weil sie eben clever sind und einen geprüften leasing rückläufer sich holen ja sie profitieren hier von unserem tv sonderpreis und der liegt hier bei 349 euro 99 und er ist ab lager lieferbar also auf jeden fall jetzt zum hörer greifen mit der bestellnummer der er 15 35 unter 569 kann das schon ihr laptop sein so der nächste da setzen wir einfach eins drauf es ist ein hp pro book übrigens hier jetzt mit einer unverbindlichen preis empfehlung von 1300 euro ebenfalls herausragende moderne technik in einem geprüften leasing rückläufer 15,6 zoll groß also knapp 40 zentimeter die fünf prozessor acht gigabyte arbeitsspeicher wieder rasant schnelle ssd festplatte also alles was man sich heutzutage von einem rechner wünscht aber jetzt eben nicht zur unverbindlichen preis empfehlung von 1300 euro sondern zu einem bruchteil sie sparen sie sind unten eingeblendet 67 prozent zur unverbindlichen preis empfehlung also seien sie clever holen sie sich einen geprüften leasing rückläufer ja wahnsinn hier unser tv sonderpreis liegt bei 429 euro 99 und auch hier kommt der laptop dann versandkosten frei bis zu ihnen nach hause ist auch ablager lieferbar und sie bestellen hier mit der er 15 47 und der 569 ja auf jeden fall auch ein richtiges highlight und weiter geht es auch schon mit dem laptop die diana schon auf dem schoß hat ja und sie scheint ihnen auch nicht mehr hergeben was ich verstehen kann ein setbook also für mich die creme de la creme der hp rechner mit unglaublichen leistungsdaten ich möchte auch hier wieder auf die unverbindliche preis empfehlung von hp hinweisen 3800 euro das heißt wir streichen einfach mal 3000 euro und das trotz dieser technischen daten intel xeon e3 prozessor ein vierkern prozessor natürlich windows 10 eine riesengroße festplatte mit 512 gigabyte selbstverständlich ssd technologie 32 gigabyte ddr4 arbeitsspeicher der sogar noch erweiterbar wäre auf 64 gigabyte eine invidia quadro grafikkarte mit vier gigabyte und ein soundsystem von bang und olofs und davon dazu natürlich noch eine hochauflösende webcam und bluetooth fähigkeit also aber bei diesem rechner bleiben wirklich keine wünsche offen das stimmt und auch hier ist unser tv sonderpreis exklusiv für sie der wahnsinn wir sind hier bei 849 euro 99 bedeutet also auch versandkosten frei wird dazu nach hause geliefert und ist auch hier ab lager lieferbar aber sie müssen natürlich schnell sein weil wie gesagt die nachfrage ist groß und die bestellnummer ist die rr 15 41 und die 569 und wir haben ihnen jetzt mal ein einblick gegeben und so richtig schönen hp laptops aber natürlich auch vielleicht die computertasche beziehungsweise die laptop taschen die sind ja auch nicht zu unterschätzen weil wenn der laptop wie gesagt mal schmutzig wird oder runter fällt dann möchte man die auch schön gesichert haben ja greifen sie jetzt zu ihrem lieblingsprodukt hier und bestellen ihn nach hause und das ab lager lieferbar viel spaß